... Man muss erst mal wieder reinkommen, erst mal so abchecken, was es ist. So viele Spiele, Jedi Survivor haben alle gezockt, alle sind schon fertig mit Jedi Survivor. Ich bin hier in den Startlöchern, Advanced Wars kam raus, mach ich morgen was zu, ähm, äh, übermorgen kommt Zelda raus. Wie soll man das alles schaffen? Ich muss alles nachholen, ich war völlig im Delirium. Ich hab ein paar Fotos noch mitgebracht, die ich noch nicht bei Instagram hochgeladen hab. Ich hab mir gedacht, wir machen das so wie früher, ähm, wenn der Vater von einer, äh, von einer Handlungsreise oder so, von einer Handlungsreise, von einem, von irgendwo zurückkam aus dem Urlaub und dann eine Diashow einlädt. Okay, von sehr, ich rede von sehr viel früher. Und, ähm, hab gedacht, wir machen so eine kleine Urlaubsdiashow. Ich zeug euch mal, wo ich war, ich geb euch so einen kleinen Guide, vielleicht ist ja der eine oder die ein oder der andere, die eine, der andere, ähm, demnächst mal in New York. Und, ähm, kann sich so an meinem Bissen laben. Ich bin ja fast native jetzt, ich war zwei Tage da. Ich muss erst mal überhaupt darauf klarkommen. Äh, ich weiß schon, also, ich bin ja echt, ähm, ja, also, wir New Yorker, wir sind uns ja, man erkennt sich, sag ich mal so, ne? Also, wenn ich New Yorker bin, dann macht man direkt so, ah, auch einer, ne? Und das war ja bei mir so, also, ich hab ja so viele Freunde und Bekannte da in New York und man geht da überall hin und grüßt die Leute und irgendwie, es ist einfach, es ist einfach mein zweites Zuhause gewesen jetzt. Also, das muss man einfach sagen, ähm, ja, das ist die Frage, der Fuchs schreibt das hier richtig, wollen wir das sehen? Das ist natürlich die Frage, wollt ihr das sehen? Wie geht es Nas? Fragt ihr zu Baza? Ja, Nas geht's gut, er arbeitet grad am neuen Album. Ich wollte ihn auch nicht zu sehr stören, überhaupt meine ganzen, ähm, Rapper-Freunde, ähm, Filmstars, Modesszene. Wir sind ja quasi zwei Tage nach der MET-Gala dort aufgeschlagen und da waren natürlich noch viele von meinen Celebrity-Friends auch in der Stadt unterwegs. Also, äh, es war ein wildes, es war, es waren wilde zwei Tage in New York, möchte ich fast sagen. Ich war ja auch ausgerechnet noch am Wochenende da, ja, Samstag, Sonntag. Montag war Rückflug. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, es ist natürlich schon, äh, für, also für mich ist es nichts Besonderes, aber ihr würdet wahrscheinlich sagen, ein ziemlich glamouröses Leben. Ähm, ja, also, klar, wenn man das jetzt so erzählt, irgendwie, äh, ja, du hast da irgendwie mit Celebrities abgehangen und so, das klingt natürlich für euch wahrscheinlich sehr besonders, ne? Aber für mich sind das ja keine Celebrities, für mich sind das ja ganz normale Menschen. Das dürft ihr ja nicht vergessen. Also, wenn ich da, ich hab da mit The Weekend abgehangen, ähm, ich hab da, äh, äh, hier mit, ähm, Heidi Klum, ähm, und ihrem Freund, hab ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, da abgehangen. Ich hab da, äh, Bradley Cooper, weiß ich, ob ihr kennt, so einen Schauspieler, ähm, das sind im Prinzip langweilige Persönlichkeiten, wenn ich's mal so sagen darf. Das sind einfach normale Menschen. Ich hab auch irgendwann dann gesagt, so, nee, Leute, dieses Leben auf der Überholspur, das ist nicht mehr so meins, das hab ich schon lange hinter mir gelassen, dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ähm, ich würde gerne mal, ähm, in den Central Park gehen, einen Hotdog essen und mir ein bisschen die Stadt angucken. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Ähm. Der Handlungsreisende macht eine Diashow, hoffentlich macht das Hausmädchen den Westflügel sauber. Ja, deshalb ist es tatsächlich, äh, ähm, das Herrenzimmer wird gerade ein bisschen frisch gemacht. Äh, Ryan Gosling war nicht da, aber Ryan Reynolds, mein guter Freund Ryan Reynolds, hat mich natürlich auch direkt wiedererkannt, hat gesagt, ey, du bist doch der, äh, Echen hier aus Japan. Äh, und so, also das war direkt wieder so, wir hatten so direkt diese Ebene. Äh, das war echt cool. Ähm, ich musste auch wieder Autogrammkarten unterschreiben, ja, ähm, das ist leider, ja, es bleibt halt manchmal nicht aus, ne, dass man dann auch mal erkannt wird und so. Selbst in New York, im Big Apple ist es dann einfach auch so, dass, äh, da manchmal, ähm, mich Leute erkennen. Ich meine, ich mach's schon so wie Leonardo DiCaprio, ich mach dann schon immer die Mütze so, äh, damit man mich nicht erkennt und so. Also, aber es bleibt halt einfach nicht aus, ne? Ne, ich war, Heidi Klum war ich zu alt, die wollte kein Kind von mir, die, die hat, äh, zu alt und zu arm. So, wir schauen hier mal ganz kurz. Also, das hier ist New York City. Ich zoome mal raus, damit ihr ungefähr wisst, wo auf dem Planeten wir uns befinden. Also, hier ist ja Deutschland, dieser kleine Fleck hier, ja? Und es geht aber ja hier um New York. An der amerikanischen Ostküste. Nicola fragt hier, äh, links von Europa ist noch was. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn man jetzt, sag ich mal, hier zum Beispiel in Portugal nach links guckt, dann sieht man das ja nicht sofort, ne? Das gibt jetzt hier den falschen Eindruck. Soweit kann man ja nicht gucken. Also, man sieht da erst mal nichts. Ähm, aber es ist so ein bisschen wie bei Elden Ring, wenn man lang genug in eine Richtung läuft, dann kommt meistens noch was. In dem Fall muss man einfach, man sieht das ja auch hier, es ist eigentlich ziemlich einfach, du musst von Lissabon aus einfach immer geradeaus laufen. Also, wenn du Jesus bist, läufst du und ansonsten nimmst du ein Boot oder was auch immer. Und dann kommst du direkt hier in Manhattan raus. und jetzt war es aber so, ich war ja, äh, ich wurde eingeladen von, äh, 2K, 2K Games für das neue Spiel, äh, Lego 2K Drive. Und das wurde präsentiert im Legoland New York Resort. Und dann werden wir sehen, dass es, wenn ich rauszoome, dann seht ihr schon, das ist nämlich nicht in New York City, sondern, wir können ja mal den Abstand messen, äh, hä, von hier nach, na, geht doch mal hier. Und dann sehen wir, das sind Luftlinie 75 Kilometer. Und, ähm, war ganz interessant, weil wir sind ja in JFK, ähm, dem Flughafen, JFK Airport, sind wir angekommen, hier. Und dann war ungefähr, unsere Fahrt war also hier durch Queens, nee, wir, wie sind wir gefahren? Durch Queens. Und dann sind wir, ich dachte, wir fahren richtig geil hier durch Manhattan, aber wir sind quasi dann hier so außen, ich mach das mal so, sieht's eigentlich schöner aus. Wir sind dann hier außen lang gefahren, dann hier durch die Bronx und hier sind wir dann rüber gesetzt, glaube ich, über die Brücke, war das hier, über den Hudson River und sind dann da hingefahren. Und jetzt seht ihr es schon, ich mach mal hier, oder wenn ich rauszoome, dann seht ihr, es ist sehr viel Grün. Hier ist natürlich, ne, hier sieht man schon diese hellen Flächen, das ist natürlich alles besiedelt, aber hier sieht man, das Legoland ist in einem in einem Wald quasi. Hier ist sehr viel Grün gewesen und hier ist dann also das Legoland. Wo ist es denn? Wo ist es hin? Also die Stadt heißt tatsächlich Goschen. Hier ist Goschen und hier, da ist das Legoland. Das ist übrigens noch gar nicht, hier sieht man sogar auf dem Foto, das Foto ist von, müsste das hier nicht irgendwo stehen? Also hier ist es auf jeden Fall auf dem Foto noch nicht drauf, da wurde es erst gebaut, denn das Legoland New York Resort ist erst seit, ich glaube, 2021 überhaupt da. Perfekter Zeitpunkt, würde ich mal sagen, mitten in der Pandemie so einen Freizeitpark aufzumachen und habt ihr da die Goschen gehalten? Mäk, 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 mäk. Und ich muss auch sagen, das Legoland war ganz schön leer. Also ich habe gedacht, so krass, so ein Freizeitpark da in New York, das ist bestimmt brechend voll und so weiter. Nee, es ist tatsächlich nicht sonderlich voll. Also hier sieht man jetzt das Legoland nicht, nur wo es ungefähr ist. So, da waren wir dann zwei Tage. Erzähle ich gleich ein bisschen mehr zu, wenn wir uns die Fotos angucken. Dann sind wir mit dem Bus wieder zurückgefahren. Es ist ungefähr, je nach Verkehr, anderthalb bis zwei stündige Fahrt, bis man dann in Manhattan ist. Und wir waren im Ace Hotel, das ich sehr empfehlen kann. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Reise ja nicht gezahlt. Das wurde mir bezahlt. Deshalb ist das natürlich alles unter Vorbehalt. Denn ich glaube, das Hotel ist nicht ganz günstig. Das sieht man auch daran, dass es eine, wirklich eine sehr gute Location hat. Und zwar West 29 Street und Broadway. Wo ist es denn jetzt? Da. Hier ist das Hotel. Warum kann ich hier die Kamera nicht kippen? Was ist hier falsch? Wer weiß es? Warum ist das hier so nicht kippbar? Wir gehen hier mal rein. Wir gehen rein. So. Und hier müsste das Hotel sein. Wo ist es denn? Auf der anderen Seite? Da. Da ist der Eingang. Das Ace Hotel. Hotel. Und wenn wir jetzt hier einfach mal an die Ecke gehen. Ah, ich kann es wirklich noch riechen. Tatsächlich. Dann sehen wir, hier sind wir dann auch schon mitten in Manhattan. Und wenn man in diese Richtung guckt, sieht man hier das Empire State Building. und wenn man dann immer diese Straße hier direkt die erste Querstraße vom Hotel weitergeht, dann kommt man automatisch, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr klicke, kommt man auf den Times Square. Es sind ein paar Blöcke zu laufen, aber es geht relativ schnell. Warum kann ich jetzt hier nicht mehr nichts gelernt von So, und dann kommt hier der Times Square, wenn man noch immer weiter geht, kommt man hier auf den Times Square. Bin ich falsch abgebogen? So. Ist ja auch egal. Egal. So, und ja, das war erst mal so die Location. Also mitten in Manhattan, man sieht es hier, die ganzen Häuserschluchten und Oh, Hardref! Hat fünf Abos verschenkt. Vielen Dank, Hardref! Welcher Stock warst du im Hotel? Fragt der Fuchs. Sehr gute Frage. Ich hatte erst den zweiten Stock und dann habe ich mich aber beschwert, weil es ultra laut war im zweiten Stock und dann, was heißt beschwert? Ich habe mich nicht beschwert, ich habe gefragt, ob ich ein leiseres Zimmer haben kann und dann haben die mich in den neunten Stock gebracht und ich kann euch mal zeigen, wie es da aussah. Ich habe ja das Foto irgendwo. Wir gehen ja erst mal die Fotos durch hier. Ich bin, ihr merkt es schon, ich bin hier noch ein bisschen unorganisiert. Das hier war im 4K-Kino vom Legoland. Da gab es so eine kurze Präsentation vom Spiel. Das war der geile Aufzug im Legoland, der mir viel Freude bereitet hat. Das war der Blick aus meinem Hotelzimmer. Hier sind einfach so ein paar Impressionen, die ich die ich gemacht habe. Waren meine Kids dabei? Nee, nee. Das war das war ja quasi beruflich. Kids waren nicht dabei. Und alles in dem Hotel, also alles im Lego Hotel war irgendwie, also es war nicht alles aus Lego, aber überall gab es so Lego Sachen, so große, sowieso hier, wie dieser Blumenstrauß oder so. Unfassbar viele Lego Gebilde. Sowas hier. Eine Lego Kellnerin. Palägo-Figürchen. Das waren die, es waren ja Content Creator aus der ganzen Welt eingeladen, das waren die, die Amerikanerinnen. Da muss ich sagen, das ist schon ein spezielles Völkchen gewesen. Also die, ich habe ehrlich gesagt keinen, keinen näheren Kontakt zu denen gehabt, aber die hatten einen, ähm, einen Spaß und die sind abgegangen, das kann man sich nicht, kann man sich, kann man kaum wiedergeben. Woo! Yeah! Wow! Oh my God! Überall der Selfie-Stick dabei, Fotos und so weiter. Also da war, da kann ich noch was lernen, sage ich mal. Ich war ja so eher zurückhaltend und saß da und habe mir alles angeguckt, aber die sind so, die waren so dabei. Das war dann auch die einzige Gruppe, die getanzt hat abends nach dem Abendessen und es war die ganze Zeit Woo Girls, genau, es waren richtige Woo Girls die ganze Zeit. Kann ich das eigentlich noch größer machen? Vielleicht noch. Als die mich gesehen haben, ne, die gingen leider nicht so richtig ab. Jetzt kann ich die nicht einfach weiter skippen, Okay, machen wir es so. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Das hatten wir schon. Hier habe ich ein Foto gemacht. Da gab es direkt Ärger, Leute, bei diesem Foto. Ich hatte dann noch so die Hand so. Ich hatte mich so, ich wollte mich sexy umdrehen und dann noch so machen. Na, die Frau, die das Foto gemacht hat. Please don't do that, sir. Ist trotzdem ein sexy Foto geworden, finde ich. Okay, hier waren die, äh, die Spielstationen aufgebaut und da konnten wir halt die ganze Zeit, konnten wir das Spiel testen. Das ist also komplett fertig. Lego 2K Drive kann ich schon an der Stelle sagen. Das gab es schon in komplett deutscher synchronisierter Sprachausgabe und so weiter. Also war komplett fertig. Das war das Restaurant im Legoland, fand ich ganz lustig. Ähm, das Essen da drinne, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Hier habe ich dann an einem Turnier teilgenommen und zwar, ähm, musste man ein Lego-Auto bauen und, äh, dann wurde getestet, welches am schnellsten war. Das Geile daran war, ist, dass die so eine richtige Vorrichtung dafür hatten. Das war meins übrigens. Ähm, dass die so eine Vorrichtung hatten mit so einer, ähm, mit so einer Schranke und dann konnte man einen Knopf drücken und dann ist diese Schranke so hochgegangen und dann sind alle gleichzeitig losgefahren. Quasi wie bei Steinmatch. Hier, das war jetzt einfach, da konnte man seine Bauwerke testen, ob die stabil gebaut sind. Das war auch maximal unangenehm, weil ich das einfach getestet habe, während die Dame da eine Rede gehalten hat. Der Gewinner vom Lego. So, das ist auch eine sehr interessante Sache. Ich meine, ich erklär's jetzt da selber, aber ich sag's hier auch noch mal. Es gab, äh, dann bei Lego 2K Drive gab's einen Wettbewerb, ähm, und zwar jeder Tisch, an, wo die, die Playstations standen zum Spieletesten, hat ein Race gemacht, äh, fünf Strecken, glaube ich, oder vier Strecken. Und wer die meisten Punkte hat, kam weiter und dann wurde das Finale der jeweils Besten ausgetragen und wer das gewonnen hat, der hat als Preis gekriegt, eine Minute lang durch den Lego Store zu rennen und alles, was er einsammeln und am Ende hochheben konnte, durfte er behalten. Äh, jetzt muss man dazu sagen, dass ich es nicht geschafft habe, also, äh, auch noch nicht mal an den Final Table zu kommen. Ähm, der Typ, der bei mir in der Gruppe mit war, war, äh, der Zweite, Zweitplatzierte im, im Endresultat und ich muss sagen, sowohl der Gewinner als auch der, der den zweiten Platz gemacht hat, die waren verdächtig gut in dem Spiel. Dafür, dass sie das genau wie ich zum allerersten Mal überhaupt gespielt haben in ihrem Leben, angeblich. Ich hab keine Beweise, sag ich ganz ehrlich, ich hab keine Beweise, aber die waren schon, die waren schon sehr gut, ja, aber der Preis war geil, wie in Super Toy Club, genau, und, ähm, ich hab das natürlich gefilmt, wir gucken's uns gleich mal hier an. Der Gewinner vom Lego 2K Drive Turnier hier hat jetzt eine Minute Zeit hier im Lego Store so viel einzusammeln, wie er tragen kann und kriegt das alles geschenkt und jetzt geht's hier los und ich bin sehr gespannt. Let's go. Was hab ich denn hier alles hochgeladen? Da geht's los. Da ist der Gewinner. 3, 2, 1, Man muss dazu sagen, er durfte vorher nicht in den Lego laden und der war vorher geschlossen, also er wusste nicht genau, wo was ist, aber da hat er mir schon zu viel Zeit verbraten. Hat sich dann hier die Pyramide genommen, aber das ging alles noch langsam, aber die Idee, erst mal alles auf einen Stapel zu legen, das war schon gut, die geilen Sachen sind aber in der anderen Ecke gewesen, Star Wars und so. 30 Sekunden, dann nimmt er nur eine Sache mit aus der Star Wars Ecke. Jetzt hab ich nicht so, ich hätt's ein bisschen anders gemacht. Aber er hat's geschafft, hat er dann noch das Kolosseum, er hat glaube ich Mos Eisley, die Pyramiden von Gizeh und Lord of the Rings da unten. Ja, der Lego Store war tatsächlich sehr geil, aber er hätte natürlich direkt in die Star Wars Ecke den Stapel machen müssen und da gab's so geilen Kram. Ja, aber ich hab's leider, ich hab's leider nicht geschafft. Er kriegt das dann zugeschickt, übrigens, für alle, die sich fragen, wie hat er das alles ins Flugzeug gekriegt. Hier sehen wir es nochmal. Aber man unterschätzt, wie schnell so eine Minute halt auch dann rum ist, also, ja. Gut, da hab ich einfach mal einen Yoda oder was auch immer das sein soll, fotografiert mit einem Popel. Lustig, mit dem Play-Button sieht das schon fast ein bisschen, naja. Peter Burge, fast wie beim Sex, ja, okay. So, das ist, äh, auch sehr interessant, weil das war einfach mal das Frühstück am Morgen. Da hat der, äh, Kellner mich gefragt, so, should I make you a platter? Und ich so, yeah, sure. Und dann hat er mir die Platter gebracht. Und ich weiß nicht, ob das Größenverhältnis wird hier nicht so ganz klar, glaube ich, weil es handelt sich hierbei wirklich um ein großen, um ein großes Tablett. Also das war ungefähr, stellt euch, also die Größe, das ist größer als ein großer Schuhkarton gewesen. Das ist einfach unfassbar viel gewesen. Das ist hier alles Kartoffeln. Hier in der Mitte sind die Würstchen. Hier war schon so eine leichte, ranzige, ähm, wie man sieht, die hat schon hier so leichte Haut gehabt. Irgendwelche Soße habe ich nicht gegessen. Dann hier der linke Teil war alles Bacon. Und das hier waren alles Eier. Aber die waren, die waren wie Gummi. Ich habe noch nie solche Eier gesehen. Die sahen irgendwie komisch aus. Und, ähm, ich habe tatsächlich einiges davon gegessen und mir war den ganzen Tag schlecht. Und jetzt kommt der Kicker. Während ich dieses, diese Frühstückplätter versuche zu essen, fünf Meter vor mir läuft eine Mutter mit ihrem Kind und das Kind kotzt mitten in die Kantine rein. und außer mir hat es niemand gesehen. Und die Mutter ist mit dem Kind weitergegangen, während ich auf mein ranziges Frühstück da im Legoland gucke. Die Mutter geht weiter und dieser Kotzhaufen liegt direkt da am Eingang. Also die ist Richtung Ausgang gegangen. Das Kind hat es halt nicht mehr geschafft bis zur Toilette. Hat wahrscheinlich gesagt, Mama, ich muss und hat es nicht mehr geschafft. Und genau in meiner visuellen Linie liegt die Kotze. Und ich gucke dieses Frühstück an, was mich eh schon so ein bisschen geekelt hat. Mein erster Gedanke war, okay, also man kann es dem Kind nicht so ganz verübeln. Das ist einfach, das ist einfach Diabetesfrühstück galore. Das ist einfach 8000 Kalorien zum Frühstück. Unfassbar. Und dann habe ich einer Mitarbeiterin gesagt, das war so ein komisches, das war alles so komisch. Und dann habe ich einer Mitarbeiterin gesagt, dass da ein Kind hingekotzt hat. Und dann hat die Mitarbeiterin gesagt, hat irgendwas in ihr walkie-talkie gemurmelt. Dann kam eine zweite Fachkraft, ist da hingegangen und hat einfach erstmal so ein Schild, wo Achtung, rutschig steht, einfach neben die Kotze gestellt. Ihr kennt diese gelben Schilder, an die Achtung, Rutschig neben die Kotze gestellt. Und ich sitze da so, denke so, okay, Problem offensichtlich solved. So, weitere fünf Minuten vergehen. Das war wirklich wie in so einer Folge Office oder so. Kommt der nächste Mitarbeiter, so ein dicker Typ mit Kopfhörern, kommt und schiebt so einen Putzwagen. Schiebt er so dahin, guckt sich das ganz an, Kaugummi-Count, guckt sich das so an, kramt irgendwie so super unmotiviert in der Tüte und nimmt dann so ein Pulver, hat irgendein so ein Pulver, ich weiß nicht, Ajax oder irgendetwas und dann hat er einfach die ganze Kotze alles voll gepulvert. Den ganzen Boden hat er einfach so da voll gepulvert. Pulver, 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 Pulver und dann hat er sich daneben gesetzt. Das war so crazy, Alter. Das war also dann die dritte Person und dann hat er irgendwie dieses Pulver in die Kotze einziehen lassen und dann wurde es irgendwie weggemacht und da das alles genau vor meinen Augen passiert ist, habe ich das alles gesehen, hatte dann aber auch kein Interesse mehr weiter zu essen und es war insgesamt einfach ein, es war auf so vielen Ebenen surreal, erst diese riesen Frühstücksplatte, die so mächtig war, dass ich den ganzen Tag nichts mehr, das stimmt nicht ganz, also ich habe dann da, ich habe noch mal mittags was gegessen, dazu komme ich gleich, aber es war einfach so ein unfassbar mächtiges, fieses, fettiges, ultra krasses Frühstück und alle Leute übrigens in dieser Kantine, also du hast das gesehen, weil die Leute sind schon weggegangen, haben dann ihre nicht fertig gegessenen Sachen halt da auf dem Tisch stehen lassen und überall waren diese Frühstücksplatten nur halb leer, also die werden das ja, ich weiß nicht, ob ich es hoffen soll oder nicht, aber sie werden es wahrscheinlich wegschmeißen, weil du kannst es ja nicht nochmal erwärmen und nochmal anbieten, also du kannst es schon, ich weiß nicht, was gerade, beides ist scheiße, sagen wir es mal so, aber auf jeden Fall, es ist einfach viel zu viel, das ist eigentlich die Bottomline, ähm, gut, also dann war das kotzende Kind, dann waren wir den ganzen Tag im Legoland unterwegs, wie gesagt, dann ging es ans Anzocken von dem Spiel, dazu werde ich, wenn das Spiel rauskommt, noch mehr sagen und ich sage das jetzt nicht, weil ich natürlich auch Markenbotschaft für dieses Spiel bin, ich habe das natürlich auch gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass das ein gutes Spiel wird, weil ich im Vorfeld natürlich ein paar Informationen gekriegt habe, es ist schon ein richtiger Triple-A-Titel und, ähm, ich fand das Spiel wirklich gut, äh, wenn es nicht so wäre, würde ich wahrscheinlich einfach nicht darüber reden, aber ihr werdet es sehen und ihr werdet wahrscheinlich die Wertung bei Metacritic und so weiter auch dann mitbekommen, es würde mich sehr wundern, wenn das Spiel nicht hohe Wertungen kriegt, weil es schon, äh, wirklich sehr ambitioniert ist und sehr cool ist, zumindest für die Zeit, in der ich es gezockt habe, ähm, war das Spiel sehr cool und ich hatte viel Zeit, ich habe mehrere Stunden gespielt und, äh, das hat schon sehr viel Bock gemacht, muss ich sagen und, ähm, dann sind wir von dem, ähm, dann sind wir von dem Anzock-Event, sind wir erstmal wieder ins Hotel und wir hatten alle keinen Bock mehr dann auf dieses Hotel-Essen und Fabian und Romina, Romina ist, ähm, von 2K, die mehr oder weniger, ähm, mich eingeladen hat, also 2K hat mich eingeladen, aber Romina war so, zu sagen, meine Ansprechpartnerin vor Ort und, ähm, die sich auch so um alles gekümmert hat und, ähm, die wollte dann auch nicht mehr im Hotel essen, Fabian wollte auch nicht mehr im Hotel essen und die haben sich dann Uber Eats bestellt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe in meinem Leben noch nie bei Uber Eats bestellt und dann war ich ja auf dem Hotelzimmer und dann habe ich so gedacht, ja, fuck, jetzt kommt doch langsam Hunger, da war es dann irgendwie so 16 Uhr, ja, Frühstück gab es um 8, also ich hatte 8 Stunden Zeit, sozusagen, dieses Frühstück zu verdauen und, dann habe ich ja, komm, probiere es jetzt auch mal Uber Eats. so, und, dann gucke ich also da in diese App rein, Uber Eats und dann sehe ich da irgendwie Dr. Henry Sandwiches oder so hieß das, glaube ich. Dr. Henry Sandwiches und dann hieß es nicht, nee, das hieß nicht nur Dr. Henry, sondern ich glaube, es hieß Dr. Henry Legendary Sandwiches. Da wurde ich, äh, ein bisschen neugierig. Dann bin ich auf diese Seite gegangen und dann gab es da Philly Cheese Steak Sandwich. also mit Fleischkäse in einem Baguette, sozusagen, oder in einem, in einem, in einem Brot. Hier in Hamburg sagen wir Krok. Ähm, auf jeden Fall ein dickes, vielleicht kann ich, habe ich, ich habe, glaube ich, kein Foto von gemacht, aber wir können mal gucken. Ich kann ja mal gucken. Philly Cheese Steak Sandwich Also, ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Hier, so. Und da gab es halt die kleine Variante, also die halbe Variante und die ganze Variante. Und ich habe gedacht, ja, klein wird wahrscheinlich reichen. also es gab nur Normal und Jumbo und Jumbo war, äh, Normal war halb, also habe ich Jumbo genommen für 10 Dollar auf Preis. Ich muss selber lachen, wenn ich das jetzt nochmal eben passieren lasse. Und dann habe ich mir das bestellt. Und das hat auch super geklappt. Hat so eine Dreiviertelstunde gedauert und dann wurde das ans Hotel geliefert und, äh, hat mich insgesamt mit Trinkgeld, ne, ich habe mir noch ich habe mir noch ein paar Oh Jesus Christ, ein Wasser und ein Brownie dazu bestellt. Ein Wasser, weil ich bin ja nicht unvernünftig und trinke was Zuckerhaltiges, hat ja viel zu viel Kalorien. Und das hat mich dann knapp mit Tipp und allem zusammen, hat es mich 40 Dollar gekostet. Und dann nehme ich das mit, also auf mein Zimmer, liegt da, schaue irgendwelche, im amerikanischen Fernsehen, da lief dann irgendwie Fast and the Furious, wo alle, ungefähr alle acht Minuten, zehn Minuten Werbung kam, mit diesem Philly Cheesesteak Sandwich und dann esse ich das so und ich habe die Hälfte des Sandwiches gegessen und es war echt lecker, muss ich sagen, aber ich war so, also es hat sich nicht gut angefühlt. Das kann ich ehrlich sagen. Es hat sich nicht gut angefühlt, weil auch gepaart mit dem Frühstück, was ich da schon hatte und so, es war einfach, selbst für mich und für meine Verhältnisse und ich bin wirklich niemand, der sich gesund ernährt, das war einfach zu viel Cholesterin. Und ich lag so da und dann war da aber noch diese andere Hälfte von diesem Sandwich und ich habe mir gedacht, wenn, dann musst du es jetzt essen, weil kalt schmeckt es nicht mehr. Und dann habe ich mir die zweite Hälfte auch noch reingezogen, ey. Und danach ging es mir so dreckig und dann lag ich da, ich sage mal so, ich konnte danach nicht mehr den Brownie essen. Ich konnte den Brownie nicht mehr essen, obwohl ich Bock auf Süßes hatte. Ich konnte ihn nicht mehr essen, ich konnte gar nichts mehr. Ich hatte Seitenstechen, ich hatte so wirklich das Gefühl, dass ich, dass so aus meinen Poren ein kleines bisschen Käse rauskommt. So. Ich war so voll gefressen, es hat richtig im Bauch so, so, es lag da so und ich lag da auf dem Bett und ich hatte ungefähr eine Viertelstunde und dann war wieder Treffpunkt. Irgendeine, irgendwas war dann irgendwie, was war es, ich habe es vergessen, irgendeine Veranstaltung, irgendwas haben wir gemacht im Park und ich konnte nicht mehr, ey. Ich konnte nicht mehr Fleisch schwitzen, so genau, genau, Fleisch schwitzen, genau wie Joey aus France. Es ist wirklich, es ist so unfassbar krass gewesen, es war Fleisch schwitzen. Es hat sich so ungesund angefühlt und ich war gerade einen Tag in Amerika. Ich war einen Tag da und ich hatte das Gefühl, das Land hat mich schon an den Eiern. Die haben mich schon fertig gemacht nach einem Tag. Okay, das war der erste Tag. Ich gucke mal, was wir hier noch so für Fotos haben aus dem Legoland. Vielleicht habe ich ja doch, ich weiß nicht, ob ich ein Foto gemacht habe. Ja, hier habe ich dieses sexy Foto gemacht. Hier, achso, warte mal, ist das nicht das Rennen? Habe ich das nicht sogar auch aufgenommen? Das scheint hier nicht zu funktionieren, das Video. Was ist hier? Warum ist hier nichts? Ist nichts, okay. Ach ja, das war der, irgendwie gehen die Videos gerade nicht. Das war das Essen. Ja, hier war ich auf so einem, im Legoland, wir hatten dann am nächsten Tag einen Tag lang keine Events sozusagen. Waren aber auch noch nicht in Manhattan und das Ding war ja auch zu weit weg, also man konnte nicht einfach mal so nach Manhattan. Das heißt, wir hatten noch Pässe fürs Legoland, also sind wir ins Legoland gegangen. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so lange buffert und dann bin ich auf so einen Tower gegangen. ja, irgendwie die Videos wollen nicht so richtig. Oh, das ist jetzt nicht mehr Legoland. Warum gehen die Videos so langsam? Ja, ich war ja auch schon mal im Legoland in Dänemark und also ich sage mal so, man muss jetzt nicht fürs Legoland nach Amerika fliegen. Es gibt glaube ich eins auch in Stuttgart, da war ich noch nicht, aber in Billund in Dänemark oder so, also das ist jetzt nicht schlechter als das Legoland in Amerika, nur voller. Ja, das, ich weiß nicht warum, ich mache mal ich mache mal ein Restart hier, was ist denn das? Warum das jetzt hier so langsam ist? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, egal, machen wir halt nur Fotoshow. irgendwie wollen die Videos nicht. Ah doch, hier. Na doch nicht. Es tut mir leid, Leute, ich weiß nicht warum die Videos nicht gehen. jetzt hatten wir schon. Das ist auch nur vier Megabyte groß, das kann doch nicht sein, dass das nicht lädt. Hatten wir schon, machen wir hier weiter. Da waren wir dann jetzt schon in Manhattan, wie gesagt, die Fotos sind jetzt nicht sortiert. Da ist mir zufällig der Schuh aufgegangen. Da kann ich später noch was sagen. Es war nämlich die große Cannabis-Parade an dem Wochenende. Wir waren ja dann Samstag, Sonntag in Manhattan und ich sag mal so, in New York ist ja Weed schon legalisiert und es ist einfach unfassbar, muss ich sagen, wie krass es in dieser Stadt nach Weed riecht. Und zwar überall. An jeder Ecke. Du kommst keine zwei Meter weit, ohne dass dir der süßliche Geruch von Gras in die Nase steigt. Das war schon faszinierend, muss ich sagen. In der Form ist mir das noch nie bewusst geworden. Und ja, hier habe ich ein paar sehr schöne Caps fotografiert. Hier habe ich ein bisschen rum experimentiert mit der Kamera am Times Square. Da habe ich ein paar klassische Shots gemacht. Oh, ach ja, okay, warte mal, vielleicht wollt ihr ja auch was sehen. hier habe ich ein paar schöne Kappen fotografiert. Hier, wie gesagt, die Fotos. ist klar, dass es die ganze Zeit nach Weed riecht, wenn ich die ganze Zeit geraucht habe. Ja, das macht Sinn. So, ähm, ja, hier am Times Square. Times Square war, also ich meine, klar, muss man, wenn man es noch nie gesehen hat, muss man da mal hin und sich das angucken, aber ich bin nicht so der allergrößte Times Square Fan. Es ist einfach ultravoll und so einfach, es ist natürlich beeindruckend, da diese ganzen Reklametafeln und so, aber du läufst da einmal rum und, äh, dann hast du eigentlich auch schon, hier geht schon wieder nicht, Mann, ey, was ist denn das für ein Bums hier? Dann sind wir weiter vom Times Square. Ich zeige euch mal, wo wir dann sind. Also, das ist jetzt mal, nur, dass ihr es mal checkt. Wir machen das quasi jetzt virtuell. Ihr werdet euch danach, werdet euch richtig gut auskennen. Also, hier war ja unser Hotel. Äh, ich hab das ja schon das letzte Mal erklärt, ne, die Stadt ist aufgebaut wie ein Schachbrett. Ähm, alles quasi westlich hier vom Central Park, also links vom Central Park ist West, alles rechts davon ist East und wird quasi getrennt durch den Broadway und, ähm, die Straßen, die von links nach rechts gehen, das sind die Streets und die Straßen, die von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden gehen, das sind die Avenues und die sind auch durchnummeriert von 1 bis hier 11 oder 12. So kann man sich dann ganz leicht merken, also wenn einer sagt, äh, ich kannte das früher noch so aus den Cop-Filmen oder so, wenn irgendein Cop gesagt hat, Ecke East, 5. Avenue, Ecke East oder Ecke 7. Straße oder so, dann wussten die immer genau, wo es ist und, ähm, wir waren eben West 29, also hier seht ihr West 36, dann gehen wir hier runter, hier ist 29, hier ist 34, 33, 32, 31, hier ist 28, 29 und dann müssen wir noch nach Westen und dann Broadway, Ecke Broadway, wo ist es, muss weiter hier sein, 6. Hier ist der Broadway, ja, hier diese schräge Straße, so und genau hier ist das Ace Hotel und dann sind wir hier einfach die Straße hochgegangen, immer hoch, habe ich ja vorhin gezeigt und wenn man die immer weiter hoch geht, kommt man irgendwann hier an den Times Square, irgendwie ist mein Internet crazy langsam und ich weiß nicht warum, jetzt ist plötzlich dieser Haken aber da, aber kann mir keiner erklären, warum das so lahm ist, irgendwie, also hier ist der Broadway und da sind wir halt hier lang gelatscht, hier ist der Times Square, ne, hier ist nicht der Times Square, hier oben ist der Times Square und dann sind wir die Straße einfach immer weiter, hier ist der Times Square und dann sind wir hier einfach immer weiter hochgegangen und dann dauert es auch nicht lange und dann ist man auch schon hier am Central Park, mein Gott, das sieht aus wie das Intro von Game of Thrones gerade, was ist denn hier los mit meinem Internet, ey, habe ich hier noch irgendwelche Sachen an oder so, warum ist das so langsam, ich habe eigentlich keine Downloads an, ich kann mal tatsächlich einen Speed testen, es ist sehr langsam gerade, es ist sehr komisch, ich kann ja auch nicht per WLAN, ein Speed testen, jetzt hier, ich habe eine 250 Mbit Leitung, also schon mal nur ein Drittel, 80 nur Download, und Upload 30, aber warum ist der Download nur 80, aber selbst bei 80 sollte es doch trotzdem schneller gehen, ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht, okay, so, ne, Glasfaser habe ich leider nicht, so, wir machen weiter mit den Fotos, so, das ist dann im Central Park gewesen, auch hier habe ich wieder versucht, künstlerisch wertvolle Bilder zu machen, die Dame, da wollte einfach nicht aus dem Foto gehen, Lachsi, der Lachsmann hat geradet, wir wollten ja eigentlich später eventuell noch Counter-Strike spielen, Lachsmann Raid, der Lachsmann Raid, ey, 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 vielen Dank, liebe Fiche, okay, ich mache erst mal weiter, ich bin hier gerade noch am Berichten, liebe Lachsis, von meinem New York Urlaub sozusagen, hier interessant, das habe ich auch gepostet, Romina ist Veganerin, und hat in einem wohl, wie sie meinte, coolen, veganen, Restaurant in New York einen Tisch reserviert, ich war natürlich, als bekennender Fleischesser erst mal skeptisch und dann sind wir da hingegangen und dann habe ich erst mal die, ich sage es ganz ehrlich, ich konnte die Karte gar nicht richtig lesen, weil ich nicht verstanden habe, was es da überhaupt gab und dann habe ich mich einfach für das Risotto entschieden, was ihr hier seht, das war ein Lachs-Risotto, aber natürlich kein echter Lachs, sondern Fake-Lachs, auch wenn es wie echter Lachs aussieht und dann hier dieser grüne Risotto mit, weiß ich nicht, Algen drin oder so und jetzt sage ich euch mal was, Leute, das war das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe, es war unfassbar lecker und das sage ich jetzt nicht, ich bin auch nach wie vor kein Veganer oder so, aber, also das war einfach so unfassbar lecker, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen, ich konnte es nicht glauben, wie lecker mir das geschmeckt hat, jetzt war es aber so, also eh kein Fleischgericht, aber das war so lecker, dass mir das bis heute nicht aus dem Kopf gegangen ist, Fabian und Romina haben dann beide einen Köftespieß, also Köftespieß bestellt, habe ich auch probiert und der war auch fucking lecker, also gebe ich auch gerne zu, ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, wenn vegane Produkte lecker sind, ich bin da ja nicht irgendwie dogmatisch unterwegs oder so, sowohl die Köftespieße als auch hier dieses Risotto, war mega geil und der Laden heißt Anixi, Anixi, wartet, Anixi, hier, 8th Avenue, also da ist das, Anixi, könnt ihr euch mal merken, also ist ein veganes Restaurant ganz klein und unscheinbar, wenn ich hier das Manneken hier mal hinsetze, ich weiß nicht, ob man das überhaupt dann so sieht, hier ist der Laden, ja, oh, Lombardis, nee, wo denn, das müsste aber, das hier war es, glaube ich, das ist scheinbar ein altes Foto, das ist auch noch nicht, den Laden gibt es auch, glaube ich, noch nicht so lange, aber, was, hier drinnen oder hier, ich glaube hier drinnen war das, weiß nicht, warum hier Lombardis steht, es ist dauerhaft geschlossen, siehst du, hier ist jetzt das Anixi drinnen, also könnt ihr euch mal merken, es war unfassbar lecker, aber muss man auch einen Tisch reservieren, also, sonst kommt man da nicht rein, super lecker, super lecker, so, ähm, das waren die Köftespieße, hab ich doch ein Foto gemacht, guck, also, es war wirklich unfassbar lecker, muss man schon, muss man sagen, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, sag ich euch ehrlich, wenn ich es gegessen hätte, hätte ich nicht gewusst, dass es vegan ist, hätte ich nicht gewusst, dann gab es noch Nachspeise, das war so ein Kuchen, so ein Cookie, mit Schokosoße, Vanilleeis und Crumbs, so Kekskrümmeln, und das war auch unfassbar geil, Leute, also dann wirklich erst, nimmst du eine Gabel von dem Cake, das war warm natürlich, war geschmolzene Schokolade, dann zusammen mit dem Vanilleeis, und dann hast du das alles noch in diese, in die Crumbs da rein, das war wirklich Geschmacksexplosiv, super lecker, okay, das habe ich einfach nur gemacht, ähm, aus, also Eintracht-Fans will understand, alle anderen können weitergehen, ähm, das war das erste Zimmer in meinem Hotel, im, äh, zweiten Stock, wo ich aber ja dann mir ein neues Zimmer habe geben lassen, weil es einfach zu laut war, ich habe die fucking U-Bahn unter mir gehört, das war zu laut, aber sah ganz nett aus, also so ein bisschen, so ein stylisches Hotel, äh, und zwar ist das, huch, wieso sind wir denn so, und zwar ist das hier, also auch relativ zentral, und im, stimmt gar nicht, im Union Square Park, ist das hier, ne, doch, hier, was im Union Square, ja, hier ist es, hier sieht man das sogar aus der Vogelperspektive, im Union Square Park, da sind die Schachspieler, die Berühmten, die haben da ihre Tische stehen, hier, da sitzen die immer, und da kann man einfach sich hinsetzen, und gegen die Schach spielen, und, ähm, die fragen dich dann nach einer Donation, also, ich habe ihm dann 10 Dollar gegeben, und, ähm, das war auf jeden Fall schon immer mal so ein Wunsch von mir, mit den Leuten im Union Square Park Schach zu spielen, und das habe ich mir auf jeden Fall erfüllt, gegen diesen jungen Mann, ähm, wie gesagt, das ist alles sehr durcheinander, hier die Fotos, ähm, das war einfach, Joe Tee, half and half, ich habe einfach alles mal fotografiert, was ich nicht kannte, und mir lecker geschmeckt hat, also, das war einfach, perverseste Eistee, den ich in meinem Leben getrunken habe, unfassbar lecker, Jesus Christ war das lecker, ähm, das One World Trade, World Trade Center, da sind wir auch draufgegangen, also, das klingt falsch, äh, also, wir sind auf das World Trade Center gegangen, auf die Aussichtsplattform, ähm, war wahnsinnig beeindruckend, schon von außen, was mir nie so aufgefallen ist, ist, dass das so gebaut ist, dass sich die Wolken immer in dem, in dem Gebäude quasi spiegeln, das war, also, das war wirklich unfassbar, das war hier das Memorial, das wollte ich mir unbedingt angucken, das war schon sehr krass, äh, ich muss dazu sagen, ich war zum ersten Mal in New York, als ich elf Jahre alt war, mit meinem Vater damals, und, ähm, ich war damals, mit elf Jahren, auf den damals ja noch stehenden World Trade Center, und, das war irgendwie für mich, ähm, eine unfassbar schöne Erinnerung, jetzt dann sozusagen, auf das neue World Trade Center zu gehen, ähm, jetzt war ich auf beiden sozusagen, und, ähm, ja, wir waren dann da, es hat, kostet glaube ich 45 Dollar, also, ist nicht billig, aber when in Rome, ne, und, äh, das Spektakulärste ist eigentlich, also gut, die Aussicht ist natürlich auch spektakulär, aber das Spektakulärste ist eigentlich die Aufzugfahrt, zum einen, weil die ultra schnell geht, also, es ist, keine Ahnung, dauert glaube ich nicht mal eine Minute, bis du oben bist, wo ich mir auch denke, wie ist das überhaupt machbar, ähm, Entschuldigung, aber, äh, und während man hochfliegt, wird der Aufzug, hab ich, ich weiß nicht, hab ich's gefilmt? Boah, Entschuldigung Leute, dass ich hier so aufstoßen muss, ähm, ich glaub ich hab's nicht gefilmt, ups, ähm, im Aufzug wird die, die Wände im Aufzug werden dann zu, äh, Projektoren, beziehungsweise da läuft dann so ein Film ab, und ich glaub das kann man sich bestimmt auf YouTube reinziehen, und da sieht man dann, wie New York aufgebaut wurde, ich guck mal gerade, One, World Trade Center Elevator, ach ja, guck, 50 Sekunden, so sieht das dann im Aufzug aus, dann fährst du da hoch, hier sieht man das Jahr, und wie New York dann damals aussah, und hier rechts sieht man die Höhe, wie hoch man fährt, das war sehr spektakulär, muss ich sagen, dann zu sehen, wie die Stadt sozusagen, wächst, und dann bist du quasi im Innern an der Spitze im 102. Floor, und das war auch sehr geil, ich glaub, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht aufgenommen habe, ich meine sogar, ich hätte es aufgenommen, und dann kommst du da raus, ähm, und dann kommst du da raus, und, aus dem Aufzug, und dann ist vor dir eine Wand, und Absperrband, und dann alle Leute aus den Aufzügen stellen sich dann da so auf, und dann wird auf diese Wand, wird, ähm, dann auch nochmal, äh, Diverses projiziert, also Geschichte von New York, es dauert so drei Minuten oder so, ähm, und eine Stimme erzählt ein bisschen was zu New York, und what you're about to see is bla bla bla, and the only bla 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 city with so und so viele Hochhäusern, und Quadrat, also ein paar Fakten, und dann hört die Stimme auf, und plötzlich fährt diese Wand auf, dass das hochprojiziert wurde, fährt hoch, und du hast einfach, ne Glasscheibe vor dir, mit der du, äh, und guckst, und bist schon quasi in dem, äh, Observatory, und guckst, plötzlich auf die Stadt, also es ist schon ein geiler Moment, muss ich sagen, das ist schon richtig geil gemacht, ähm, weil du da wirklich vorher nichts ahnst, wenn du's nicht weißt, jetzt hab ich's gespoilt, aber, äh, dann geht halt diese Wand hoch, und du hast plötzlich diese View auf die gesamte Stadt, das war schon, äh, das war schon sehr, sehr cool, und dann kannst, kommst du raus und kommst auf das Deck, und kannst einmal wirklich auch drumrum, 360 Grad in alle Richtungen gucken, ähm, ähm, ja, und so sieht das dann da aus, ich muss sagen, ich war jetzt auf, äh, in meinem Leben, war ich auf dem Empire State Building, ich war auf Top of the Rocks, das ist auf dem Rockefeller Center, ähm, auf dem World Trade Center, und auf dem One World Trade Center, und ich muss sagen, man sieht es hier, es sieht natürlich geil aus, aber man ist auch recht weit weg, von, äh, ja, von Midtown sozusagen, und, ähm, ich würde empfehlen, ich hab gehört, The Edge soll sehr geil sein, das haben wir dieses Mal da nicht gemacht, das ist eine neue Aussichtsplattform, aber ich würde empfehlen, Top of the Rocks, also wenn ihr mal in New York seid, auf dem Rockefeller Center, das ist das gleiche Gebäude, wo 30 Rock und Saturday Night Live und, äh, Jimmy Fallon und so weiter ist, ähm, also Rockefeller Plaza, da gibt's eine Aussichtsplattform, die heißt Top of the Rocks, und die ist geiler, weil da bist du mittendrinne, und hast den Central Park auch so direkt vor dir, kannst du über den gesamten Central Park gucken, was du halt von hier aus nicht kannst, und du siehst auch direkt das Empire State Building vor dir, also das ist nochmal, äh, ein bisschen geiler, und hier kommt zum Beispiel der Tipp von Foxhound, er schreibt hier, Top of the Rock, 30 Minuten bevor die Sonne untergeht, ist mega, das sollte man auch sich überlegen, ob man's nachts macht oder abends beim Sonnenuntergang, das sind natürlich schon Anblicke, wie man sieht, hier kann ich mich vor Freude kaum zusammenreißen, ja, ähm, so, dann, nächster Trip war, orientierungslos, in Katz Delikatessen, oder Katz Delikatessen, ähm, Katz Delikatessen ist ein, sehr bekannter Laden in New York, man kennt den Laden zum Beispiel aus Harry und Sally, das ist die berühmte Sary, äh, Sary, die berühmte Szene aus dem Film, wo, äh, Meg Ryan den Orgasmus vortäuscht, vielleicht habt ihr das, äh, schon mal gesehen, und dann die alte Dame sagt, I take what she had, und, ähm, der, der Laden ist bekannt für seine Sandwiches und seine Pastrami-Sandwiches, und ich glaube, ich hab das auch fotografiert, da wollte ich unbedingt hin, das wollte ich einmal in meinem Leben schon immer machen, bei Katz Delikatessen essen, es ist, äh, ein, ein abgefahrener Laden, du kommst rein in den Laden, und direkt zur rechten Tür saß ein Typ, ähm, Stoned as fuck, und das sage ich mit Gewissheit, knallrote Augen auf Halbmast, so, ich kann's gar nicht nachdenken, hey guys, you take a little take a tickets and I'm gonna go to the counter, so, was? I'm gonna take a, take a tickets and go to the counter, or that, right there, okay, keine Ahnung, was er gesagt hat, aber wir gehen jetzt rein, ähm, du kriegst dann so Tickets und dann sind da verschiedene Schlangen, okay, da kommen wir gleich zu, da sind verschiedene Schlangen, ähm, und es ist, es ist nicht so ganz einfach, weil je nach Schlange gibt's unterschiedliche Sachen, das heißt, du musst die, du musst die richtige Schlange finden, wo du dich anstellst, und die schreiben dir dann auf dein Ticket drauf, sozusagen, was du bestellt hast, beziehungsweise, was du, ähm, ja, was es kostet, und die Tickets, wiederum, die gibst du dann ab, wenn du rausgehst aus dem Laden, ähm, das ist jetzt erstmal so nichts Besonderes, aber es ist einfach, es ist ein bisschen komplizierter, weil es ist erstmal rammelvoll in dem Laden, und es ist, es herrscht so eine Atmosphäre, wie man das wirklich nur aus dem Film kennt, du hast hinter der Theke, also du hast so drei Schlangen für die Pastrami-Sandwiches, eins für den, eine Schlange für den Grill, eine andere Schlange ist für die Sides, also für Pommes und Krautsalat und sowas, und für Getränke, und du kannst auch nicht das eine bei dem anderen bestellen, oder so, und dann, ähm, war die ganze Zeit, die sind dann da mit ihren riesen Macheten, und fragen dich dann halt, was du willst, und alles geht so schnell, und ist hektisch und laut, und aber auch ganz geil, und, äh, du kannst es auch filmen, und so sieht dann ein, ähm, Pastrami-Sandwich aus, und ich muss sagen, es war mächtig, es war okay, aber es war jetzt nicht das geilste, was ich je in meinem Leben gegessen habe, das war schon sehr faseriges Fleisch, also es war schon super lecker, aber es war jetzt auch nicht so krass, wie die Legende es vielleicht macht, aber es war schon okay, so, was übrigens auch sehr geil war, war hier, äh, dieses Getränk, Dr. Browns Cream Soda, noch nie, ich habe noch nie Cream Soda getrunken, aber es schmeckte wie eine Mischung aus Limonade und Milch, ähm, und es war ganz lecker, es war nicht zu süß, ich dachte, ich hatte erst Angst, dass es zu süß war, aber es war, äh, gut, ich habe es einfach nur bestellt, weil es jeder andere in dem Laden auf seinem Tisch hatte, ähm, hier ist nochmal ein Foto davon, habe ich, wie gesagt, noch nie von gehört, aber, ja, war auf jeden Fall, war lecker, aber hier sieht man auch, eine Kanne hat 180 Kalorien, also muss man sich überlegen, aber ich sage immer so eine, äh, wenn in Rome, ja, also, äh, musste halt einfach mal, muss man dann auch mal probieren, wenn man dann in dem Laden ist, ähm, ja, hier sieht man nochmal den Laden von außen, Katz Delikatessen, okay, das war wiederum was anderes, der berühmte Comedy-Seller, auch das zeige ich euch, wenn ihr mal in New York seid, ähm, ihr kennt vielleicht die Serie Louis, mit Louis C.K., ähm, die spielt natürlich auch oft im Comedy-Seller, generell Comedy-Seller, sag ich mal, mit dem Comedy-Store in Los Angeles, der berühmteste Stand-Up-Club in, ähm, in, äh, Amerika, und, ähm, was da halt immer passieren kann, ist, dass es sogenannte Drop-Ins gibt, dass also irgendwelche berühmten Stand-Up-Comedians unangemeldet einfach reinkommen und da ein Set machen, weil die halt ihre neue, ihr neues Programm üben, also es kann durchaus passieren, dass ein Chris Rock, ein Jerry Seinfeld, ein Louis C.K., ein Bill Burr, wie sie alle heißen, dass die ja einfach mal reinkommen, Allerdings, und das sag ich gleich, man muss rechtzeitig reservieren, ähm, es gibt zwar mittlerweile noch einen zweiten Comedy-Seller, in dem wir waren, aber, äh, trotzdem muss man mehrere Wochen vorher sich schon Tickets reservieren, sonst kommt man nicht rein. Ich war vor 14 Jahren das letzte Mal in New York, da war das noch nicht so, da konnte man wirklich abends einfach hingehen und ist dann irgendwie reingekommen. Das ging bei uns nicht, vielleicht war das Problem, dass Samstag, äh, dass es Samstag, beziehungsweise Wochenende war, ähm, es kann sein, dass es unter der Woche anders ist, aber, wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf jeden Fall vorher über die Webseite Karten reservieren. Ähm, Comedy-Seller MacDougall Street ist im schönen, ähm, Greenwich Village, ist das noch Greenwich Village? Ich weiß gar nicht. Und zwar direkt hier, relativ nah an der Universität, hier seht ihr den NYU, hier ist der Washington Square Park und hier ist eh eine geile Gegend für abends weggehen, also hier sieht man es schon, diese ganzen gelben Punkte, das sind alles Bars und Kneipen, ja, und Essensstände und so, also gut, es ist generell überall so in New York, aber hier so rund um die Uni, ihr seht es hier, alles was gelb ist, es war so krass viel los auf den Straßen, überall auf den Straßen, Gruppen von Menschen und Musik und Party und allerdings auch, sage ich auch ganz ehrlich, teilweise sehr schmutzig und auch ein bisschen stinkig, also es hat an diversen Stellen auch ganz schön gestunken, nicht nur nach Weed, sondern auch nach Müll und keine Ahnung, aber es ist trotzdem ein Erlebnis, also es ging tierisch ab hier überall, junge Menschen, die ausgehen und das Geile ist, wenn man hier ist, beim Comedy Seller und vielleicht wartet, bis ein Lass ist, hier ist der zweite Comedy Seller, der Village Underground der gehört auch zum Comedy Seller und ihr geht einfach hier um die Ecke und kommt hier bei dem Cage raus, den West 4th Street Courts, Basketball, die sind ganz bekannt in Amerika, wer da mal hingehen will, wenn das angeguckt ist, ganz bekannte, ganz viele Streetball Turniere finden da statt und generell ist das eigentlich ein geiler Platz, um ein bisschen Zeit totzuschlagen und sich da das anzugucken. Habe ich auch ein bisschen zugeguckt, ich war sehr unbeeindruckt, muss ich sagen, die Leute konnten froh sein, dass ich also keine Basketballklamotten dabei hatte, weil ich hätte dort auf jeden Fall zerstört. Das muss ich ganz klar sagen. Guck mal, die haben sogar so eine Anzeigetafel draußen auf dem Freiplatz. Aber das macht trotzdem Bock, dazu zu gucken. Da hat ein Typ gespielt, kein Quatsch, da hat ein Typ Basketball gespielt, der hatte links einen kaputten Basketballschuh, den hat er selbst mit Duct Tape irgendwie zugetapet und rechts hatte der so ein Akbut. Hatte der an. Wisst ihr, was Akbut sind? Hier, sowas. Also links einen selbst getapeten Basketballschuh und der rechte Fuß war in so einem in so einem Akbut drin. Und da hat er Basketball gespielt, ganz normal. Und es war sehr lustig, weil du hast viele Wörter gehört, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Aber wenn ihr denkt, es ist ein Klischee, dann kann ich nur sagen, nein. Die Sprache ist dort rau. Aber es hat Spaß gemacht, weil es ist so, also ich bin ja als deutscher Vereinsbasketballer, sag ich mal, treffen da zwei Welten aufeinander. Da wird nicht schulmäßig Basketball gespielt. Aber ich weiß nicht, was das da teilweise war. Das war teilweise solche Schränke, die wirklich, die wirklich krass aussehen und wie so Thugs und teilweise einen komischen Basketballspiel komplett bescheuerte Würfe und danach wird direkt gestritten und geschubst und gerangelt und beleidigt und dann wird aber weitergespielt. Also es war faszinierend, muss ich wirklich sagen. Kann man direkt machen, wenn man dann zum Comedy-Seller geht, einmal um die Ecke gehen und sich das angucken. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber es ist auch eine bisschen schäbige Gegend. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es vor 14 Jahren, als ich das letzte Mal da war, genauso da aussah und gerochen hat. Aber wir waren da, hier ist direkt daneben, ist ein 7-Eleven. Hier müsste eigentlich sein. Hier, 7-Eleven und ich bin da rein und ich hätte mich fast übergeben in dem 7-Eleven. Weil ich wollte einfach nur eine Flasche Wasser kaufen, weil ich Durst hatte. Und da war ich drin und es stank so krass, dass es es war wirklich ein bisschen ekelhaft und hier hat irgendjemand im Eingang gelegen, überall waren Mülltüten und so. Also es ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing, dass es Wochenende war oder vielleicht wurde gestreikt oder so, aber ich hatte New York nicht so abgefuckt in Erinnerung teilweise, wie ich es teilweise, also wie ich es da stellenweise gesehen habe, muss ich sagen. Ich glaube, dass die Pandemie, ich weiß, ich habe mich nicht reingelesen in das Thema, ich könnte es mir halt vorstellen, dass die Pandemie auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht hat in der Stadt. Weil man darf nicht vergessen, in der Pandemie war ja auch New York komplett abgeriegelt und wenn dann da die ganzen Läden dicht machen und die Leute noch mehr ihre Jobs verlieren als vielleicht in unserem Land oder so, da gibt es nicht dieses soziale Netz wie bei uns. Also die Leute fallen da wirklich dann tief im Zweifelsfall. Ich mutmaße nur. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, vielleicht trübt mich auch meine Erinnerung von vor 14 Jahren, aber ich hatte das Gefühl, dass auf jeden Fall New York ein bisschen abgefuckter ist, als ich es zumindest in Erinnerung hatte. Nichtsdestotrotz liebe ich diese Stadt immer noch und sie vibriert und ist immer noch toll, aber es ist mir so aufgefallen. Vielleicht hat aber auch nur die Müllabfuhr gestreikt oder sowas, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Okay, wir machen weiter mit den Fotos. Also Comedy-Seller sollte man machen. Das war mein Hotelzimmer, dann mein abgegradetes. Och Mann, warum buffert es nicht? Und das war meine Aussicht. Gebt euch das bitte. Also da muss ich sagen, das war geil, das war vor allen Dingen, das war nur, weil ich das Zimmer getauscht hatte. In meinem ersten Zimmer hatte ich diese, die ging zu einer anderen Seite raus und da muss ich sagen, da hatte ich teilweise ein Grinsen. Ich habe morgens, ich habe den Rollladen natürlich runtergemacht zum Schlafen und morgens machst du den Rollladen dann, wenn du aufwachst, hoch und vor dir steht einfach das Empire State Building und ich hatte jedes Mal, ich konnte nicht anders, ich habe einfach gegrinst. Es ging einfach so wirklich, ich habe einfach gegrinst, ich habe dieses Empire State Building und habe einfach nur gedacht, okay, fuck, das ist einfach surreal gerade, das ist einfach wow, einfach nur wow. Ich war wirklich so ein Stück weit perplex. So, das war crazy. Also hatte ich auch noch nie so eine View. Muss ich einfach sagen, das ist krass. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Natürlich fragen jetzt alle, was hat es gekostet? Ich glaube, es kostet so 300 Dollar pro Nacht oder so, was jetzt natürlich teuer ist, aber glaube ich, für New York Verhältnisse noch geht dafür, dass das mitten in der Stadt ist und so eine View hat. Also klar kannst du auch für 150 oder sowas oder weiß ich nicht, was in New York eine Unterkunft finden, aber dafür für die Zimmergröße und die Location und den Blick muss ich sagen, ging das noch. Aber ja, brauchen nicht drüber reden, das New York Urlaub ist halt leider auch schon sehr teuer. Übrigens nicht nur, was das Hotel angeht, sondern einfach, was alles angeht. Wir hatten das Glück, dass 2K beziehungsweise die Romina dann zum Beispiel die ganzen Uber-Fahrten bezahlt hat. Ohne diese Uber-Fahrten hätte ich nicht mal annähernd so viel von New York gesehen, weil ich bin schon am Tag 20.000 Schritte gemacht, gegangen und also wirklich bis mir Hüfte und Beine und Knie wehgetan haben. Jetzt kann man sagen, gut, ich bin es auch nicht gewöhnt, stimmt. Aber ohne diese Uber-Fahrten von A nach B oder so müsste man es halt mit der Metro machen. Das dauert natürlich dann viel länger. Kann man auch machen. Wir sind auch ein paar Mal Metro gefahren. Aber diese Uber-Fahrten haben es uns ermöglicht, in diesen zwei Tagen halt superschnell von A nach B zu kommen und viel zu sehen und ist aber einfach sackteuer. Also alles kostet halt superschnell viel Geld. Nur mal ein Beispiel. Klar, es ist jetzt nicht repräsentativ, weil es war die Hotelbar, aber in meiner Hotelbar gab es ein Snickers und Snickers hat 8 Dollar gekostet. Und ich könnte euch jetzt die Story erzählen, war es 6 Dollar oder 8 Dollar? Egal, auf jeden Fall unfassbar viel. Und jetzt ihr könnt mich jetzt schämen, ihr könnt mich haten, ich hatte einen Plan und er ist nicht aufgegangen. Ich hatte einen Heeper. Ich hatte einen Heeper, ich hab den fucking Snickers gegessen. Ich hab den Snickers gegessen. Ich hab ihn gegessen. aber ich hab den Snickers gegessen und hatte den Plan, am nächsten Tag einen neuen Snickers zu kaufen und den in die Hotelbar zu legen. Also in die, ja, das Problem war, ich hab nicht den gleichen Snickers gefunden. Ich war in 5 Läden und auf dem Snickers, ich hatte extra das Papier von dem Snickers, den ich gegessen hab, aufgehoben und dann bin ich in diese ganzen Kioske gegangen und so und die hatten nur überall normale Snickers, aber auf meinem Snickers war ein Gewinnspiel drauf. Irgendwas, keine Ahnung, NBA, NFL, was weiß ich, Gewinnspiel, so ein gelber, gelbes Logo noch da drauf von so einem Gewinnspiel und alle Snickers, die ich überall gefunden hab, hatten das nicht und ich hab mich nicht getraut, einen anderen Snickers da hinzulegen, weil ich mich, ich war mir nicht sicher, wie genau die Snickers kennen und ich hatte Schiss, dass die mir auf die Schliche kommen, dass ich den Snickers ausgetauscht hab, so dass ich dann keinen Snickers dahin gelegt habe. Ich hab's versucht, ich hab versucht, das Hotel auszutricksen, weil ich so Hunger hatte an dem Abend noch auf so einen kleinen süßen Snickers, ich hab da auf dem Bett gelegen, ich hab NBA Playoffs gekauft und hab gesagt, jetzt ein Snickers und der war in Griffweite, wie soll man denn dann nicht? Und ich hab gedacht, ja komm, du isst den jetzt morgen, naja, auf jeden Fall hat es nicht geklappt mit dem Snickers und ich musste diesen 8 Euro Snickers zahlen. Dann waren wir hier beim Chelsea Flea Market, das ist ein kleiner Flohmarkt, unweit von unserem Hotel gewesen, war jetzt nicht spektakulär, war ein schöner Flohmarkt, viele alten Kram, ich hab da unter anderem dieses Bild gesehen, ich weiß nicht, ich hab's einfach fotografiert, weil, ähm, keine Ahnung warum, ja, sieht aus wie Booty, das ist nicht rassistisch, wenn man sagt, dass es Ähnlichkeiten gibt, vor allen Dingen wegen den Muskeln, so, ähm, dann waren wir noch in, dann waren wir in Brooklyn, wir sind nach Brooklyn gefahren und, ähm, weil ich war noch nie in Brooklyn und wollte mir ein bisschen Brooklyn angucken, da waren wir hier in so einem Vintage-Laden, L-Train, hab ich vorher recherchiert, hab mir gesagt, das ist ein cooler Laden und ist halt tatsächlich auch ganz cool, äh, viele, äh, gebrauchte Klamotten, ich hab mir zwei T-Shirts gekauft, eins von Polo, Ralph Lauren, Ralph Lauren, wie wir sagen, und, ähm, das hat sechs Dollar gekostet, also so weniger als der Snickers, äh, da war ich schon ein bisschen begeistert, ähm, dann war, wollte ich noch unbedingt zum Biggie Memorial, das haben wir auch dann noch gemacht, ähm, muss ich ja jetzt auch nicht viel zu sagen, ich bin, mein Lieblingsrapper und das wollte ich auf jeden Fall schon immer mal machen, ähm, Spread Love is the Brooklyn Way, ist auch ein Zitat von Biggie, äh, das hab ich mir nicht nehmen lassen, da einmal ein Foto zu machen, das musste einfach von der Bucketlist gestrichen werden, dann waren wir bei, äh, Dumbo, das ist der Bezirk, der direkt, ähm, an der Brooklyn Bridge, also wenn man über die Brooklyn Bridge, ich zeig euch das ganz schnell, der Bereich, komm, zoome mal raus, so, hier, das ist Manhattan, es gibt ja fünf Stadtteile, ähm, von New York City und, ähm, Manhattan ist einer und Brooklyn ist ein anderer und da gibt es die, äh, äh, Manhattan Bridge beziehungsweise die Brooklyn Bridge, die ist hier, da kann man als Fußgänger drüber, das haben wir auch gemacht und direkt zwischen der Manhattan Bridge quasi und, äh, oder von der Brooklyn Bridge angefangen über die Manhattan Bridge ist, äh, der Stadtteil Dumbo oder Dumbo, ja, ich glaube man spricht es Dumbo aus und da ist auch sehr nett, da gibt es dann, äh, auch einen Flohmarkt, das ist dieser Dumbo Flea Market und Essen, Timeout, äh, zeige ich euch gleich alles, gibt es also ganz viele Sachen zu sehen, es ist ein sehr schöner Bereich und, äh, werdet ihr auch gleich wiedererkennen, das ist halt dieser, äh, Dumbo Flea Market und das Bild kennt ihr ja vielleicht, das berühmte Bild, das wir natürlich kennen aus Once Upon a Time in America von Sergio Leone das ist genau diese Stelle aus Gossip Girl, genau das nicht noch größer hier, die berühmte Szene und, ähm, ja, das ist hier diese Stelle, jetzt muss man dazu sagen, es ist so ein bisschen wie Instagram typisch, ähm, Realität und, äh, Instagram, es war einfach super voll, also es ist halt ein mega Hotspot für, äh, Touristen, wie gesagt, ich war am Wochenende da, es war der, wohl der erste richtige Sommertag in New York, es war ultra voll in der Stadt, ähm, ich hätte natürlich gerne ein Foto gehabt, ohne Menschen drauf, aber das war nicht möglich, ähm, das war auf dem Timeout-Gebilde auch in Dumbo, da hast du halt hier so eine super Aussicht auf die Skyline und, äh, die Brooklyn Bridge, hier haben wir so ein paar Fotos gemacht und dann haben wir uns entschieden, offensichtlich bin ich hier schon einigermaßen kaputt, dann sind wir über die Brooklyn Bridge wieder zurückgegangen, also, hier sind wir dann auf die Brooklyn Bridge und sind dann, wie weit ist denn das, wir können das ja mal gerade, da ist der Ede nämlich ganz schön weit gelaufen, Entfernung messen von hier nach hier und dann sehen wir 1,4 Kilometer, ja, am Stück gelaufen, hier, einfach über die Brooklyn Bridge und teilweise mit Steigung, so, ja, ja, der Ski, äh, der Ski sei schon, Nesis, oha, unfassbar, richtig, so, das ist die berühmte, äh, Brooklyn Bridge, auch hier komplett voll und alle 2 Meter hat einer so eine 360 Grad Kamera aufgebaut und mit, mit Musik und jedes Mal hieß es, äh, jedes Mal war es, ähm, hier Jay-Z und Alicia Keys in New York, alle 2 Meter, alle 2 Meter konntest du so ein 360 Grad Foto machen, okay, hier waren wir in einem Rahmenladen, ich sag ja, die Fotos sind nicht sortiert, da hab ich in einem Rahmenladen sowas gegessen, ich weiß nicht genau, was es war, aber es war fucking lecker, das war nicht lecker, das hieß irgendwie, wie hießen das, Ramon, nee, Roman, Rumona, Ramona, ich hab vergessen, wie das Getränk hieß, ich wusste nicht, was es ist, es stand nur Premium Japanese Drink oder so und ich wollte es unbedingt ausprobieren und Ramonade kann sein, dass das so hieß, Ramonade und es war ultrasüß, ultrasüß, es hat geschmeckt wie Kaugummi, ich konnte es nicht, ich konnte es ehrlich gesagt nicht austrinken, Ramune hieß es, genau, Ramune, das hat so eine Kugel noch da drin, genau, es hat so eine Perle oder Kugel drin und dann musstest du das erst so reindrücken, dann rutscht diese Kugel hier rein, dann kannst du es überhaupt erst trinken, ja, mir hat es nicht geschmeckt, also es ist natürlich wie immer geschmacksal, es war mir einfach zu süß, es war einfach ultra, also es war wirklich, es hat geschmeckt wie Kaugummi, so das war mein Rahmen, oh mein Gott, ich habe in meinem Leben übrigens noch nie Rahmen gegessen, ich habe es ja sogar geschafft, damals auf meiner Japan-Reise zur Kentucky Fried Chicken zu gehen, anstatt Rahmen zu essen mit Alvin und Daniel, ich glaube, das erste oder zweite Mal in meinem Leben, dass ich Rahmen gegessen habe, was soll ich sagen, holy shit, es war unfassbar lecker, der Laden, habe ich mir dann sagen lassen, äh, sagen lassen, war auch bei irgendeiner Kochsendung, Kitchen Chef oder sowas, und zwar heißt der Ivan Rahmen, ich habe vergessen, in welcher, ups, vergessen in welcher, geh doch mal weg, in welcher Sendung das war, Chef's Table, glaube ich, wo die nachmachen, wo die nachkochen, ist es Chef's Table, genau, der ist auf Netflix Chef's Table, genau, da war das wohl drinnen, ich kannte das nicht, ich kenne auch die Sendung nicht, aber, ähm, das hat uns Romina empfohlen und eigentlich auch ein kleiner, unscheinbarer Laden, aber, auch pickepacke voll, musst du auf jeden Fall vorher reservieren und so lecker, Leute, oh mein Gott, also wie gesagt, das wäre die Vorspeise gewesen, die habe ich mich nicht getraut zu bestellen, weil ich nicht wusste, Hühner hatte, ähm, aber, hier sind die Dinger, die ich auch hatte, gibt da auch vegane Rahmen, ich habe hier mit Hühnerfleisch, äh, das gegessen, ich habe vergessen, wie der, wie der Name hieß, von dem Gericht, aber, ey, es war fucking lecker, also, äh, das kann ich euch sagen, und, ähm, ich habe dann auch nochmal Nudeln gekriegt zum Nachfüllen und, ja, war einfach, war einfach mega, also wirklich top und auch nicht so teuer. Warst du auch bei Ruckerpark? Ne, war ich nicht, bei Ruckerpark war ich leider nicht, ähm, aber hier, The Bean, habe ich gedacht, ne, why not, machst du mal ein Foto, gell? So einfach so ein Laden, an dem wir da vorbeigelaufen sind. So, hier nochmal das obligatorische Fanfoto vom Comedy-Seller, da, ähm, waren, äh, wer war da? Michael Che, kennt vielleicht der ein oder andere von euch, Michael Che war, äh, ist ja auch Teil von Saturday Night Live und hat auch Netflix Special oder zwei, glaube ich, ähm, Mike Birbel ja, war da, und die anderen kannte ich nicht, die anderen Comedians, war, ne solide, sieben von zehn, äh, es war leider nur eine Stunde und, ähm, recht teuer, aber es war gut, also es war, es war ganz lustig, aber ich hatte schon bessere Stand-Up-Abende in Amerika, aber es war trotzdem cool, einfach, weil auch die Stimmung in so einem Comedy-Laden einfach immer irgendwie sehr, sehr geil ist. Hier habe ich wieder was gefunden, ähm, Cold Brew Coffee mit Oat Milk, Hafermilch von Oatly, reingemischt direkt in den Cold Brew Coffee, wollte ich mal ausprobieren, war, sehr lecker. Okay, ich bin im Hotelzimmer. Was habe ich hier? Cool irgendwie, gefällt mir sehr gut, so ein, wie so ein Loft. Das ist eine Gitarre, ich werde vielleicht gleich ein bisschen Gitarre spielen. Habe ich nicht. Das allergeilste ist eigentlich die Aussicht. Check das mal ab. Check die Aussicht ab. Ja. So das ist das Video, was ich vorhin zeigen wollte, von Cuts Daily. Das ist mein Auto gewesen, sehen wir nochmal. Jetzt gehen die Videos plötzlich. Ich finde es einfach so krass aus, wie die Wolken sich da in dem Gebäude widerspiegeln. da sind wir glaube ich wieder von vorne, ne? Ja. Ja, das waren so, so hier sind noch Videos. Ein paar Impressionen noch. Okay, dieses kleine Video will einfach nicht. Das war nochmal Legoland. Geht auch nicht. Okay. Ja, egal. Das war's. Das war meine Urlaubs-Dia-Show. Es kommt noch ein Video. Oh, guck mal, hier ist noch, hier nochmal. Das ist auch dieser Zahnstocher von Gebäude, Alter. Es kommt auf jeden Fall nochmal ein Video, wir haben noch, also Fabian war dabei, hat die ganze Zeit mitgefilmt und es wird ein Video zum Lego-Event geben, zum Lego 2K Drive Event geben und nochmal, das landet bei Rocket Beans und dann gibt es nochmal ein New York Video, das kommt dann bei mir auf den YouTube-Channel und ja, also es war, wir haben wirklich versucht, in zwei Tagen das absolut Maximum rauszuholen, dementsprechend anstrengend war es auch, muss ich sagen. Also war nicht so ganz easy, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, weil ich aber auch gemerkt habe, wie unfit ich bin und wenn man dann so plötzlich von 0 auf 100 da New York lang latscht, dann, dann das, das ging schon, ging schon arg in die Füße, aber ich wollte natürlich irgendwie alle, ich wollte natürlich alles mitnehmen und fand es einfach, ich fand es einfach nur geil. Also ich, es ist sicherlich Geschmackssache und ich weiß auch nicht, ob ich noch da leben wollen würde, früher war das immer so ein Traum von mir, mal in New York leben oder studieren oder so, weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so wäre, aber mal eine Woche Urlaub in New York kann ich nur empfehlen, das sollte man mal gesehen haben. Es ist einfach irgendwie ein krasser Vibe in dieser Stadt. Also das stimmt schon, wenn man das auch immer wieder hört, wie pulsierend da alles ist, wie die Lautstärke, die Lebendigkeit, die Menschen, auch die Vielfalt an Menschen. Du siehst dort Menschen und Personen und Sachen, die du so einfach sonst nirgendwo, glaube ich, auf der Welt siehst. Das ist einfach, alles ist irgendwie so überdimensional und anders und irgendwie crazy und es gibt einem irgendwie das Gefühl, wenn was passieren könnte, dann könnte es hier passieren, so. Weiß ich nicht, aber ja, aber es gab auch, also es war, was mir echt aufgefallen ist, ist, dass es auch teilweise wirklich schmutzig war und gestunken hat und ja, und auch viel Armut, muss ich sagen. Ich habe echt viel, viel Armut auch gesehen. viele Menschen, die durchs, durch, durchs, wie soll ich sagen, soziale Netz fallen und nicht aufgefangen werden und in Armut leben und das merkst du halt auch. Das ist halt auch irgendwie das Epizentrum des Kapitalismus mit allem Tollen, was das mit sich bringt, aber auch mit den negativen Seiten und das prallt da irgendwie in New York irgendwie krass aufeinander und das alles so zu sehen. Ist aber auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ähm, ja, Fastfood überall, das stimmt. Wir haben auch mal versucht, die Starbucks, ähm, zu zählen. Irgendwann haben wir aufgehört zu zählen, weil fast an jeder Ecke einer ist. Aber es gibt natürlich auch super gutes Essen. Ja, also es ist nicht nur Fastfood, sondern es gibt auch an jeder Ecke mindestens ein geiles Restaurant oder irgendwas. Ähm, was mir halt auch wieder aufgefallen ist, ist, ich glaube, Amerika ist am geilsten, wenn man viel, viel Geld hat. Ähm, weil alles auch teuer ist mit Tipp und also mit Trinkgeld und, äh, alles kostet, alles kostet, du konnten, äh, wer hat's gesagt, äh, alles kostet 100 Dollar. Egal, was du machst, kostet immer 100 Dollar. Ob du mit dem Taxi fährst, ob du irgendwo Eintritt zahlst, ob du was isst oder so, alles kostet 100 Dollar. Ähm, Amerika ist Pay to Win, ja, so könnte man's, glaube ich, ähm, beschreiben. und es geht einfach auch so schnell, weil die sind auch, das muss ich sagen, die sind ja auch so nett und auch in einer gewissen Weise so gut im Anbieten. Also, du gehst da hin und du hast die nettesten Kellner oder Kellnerinnen, die da in diesem Anixi, die war so nett, die war so nett und die hat mit, die macht mit dir Smalltalk und die erzählt, wo kommt ihr her, was geht bei euch so, ach, wie cool, da hab ich eine Tante, die hat da mal gelebt, ist ja sehr cool, bla, bla, bla und wollt ihr noch was trinken, soll ich euch noch was ergeben, wir haben hier dieses leckere Sparkling Water und wollt ihr einen Nachtisch, wir haben diesen super leckeren Kuchen und, äh, und probier doch mal das und ich kann euch dazu noch das anbieten und das, und es ist alles so nett und dann gehst du raus und dann kriegst du halt irgendwie ein paar hundert Dollar Rechnung und, äh, denkst dir einfach nur so, ach, das war aber nett und bist pleite so ungefähr. Es ist einfach irgendwie, ähm, es ist irgendwie crazy, aber ich muss sagen, diese, also diese Nettigkeit von, gerade von so, so in Restaurants oder so, das ist ja sowas, was ich überhaupt in Deutschland, was ich hasse, unhöfliche, äh, Kellnerinnen oder Kellner, äh, die dir so das Gefühl geben, was fällt dir überhaupt ein, mein Service in Anspruch zu nehmen, ähm, wo du dich fast schon rechtfertigst, wenn du was bestellst oder so, die waren so nett, die hat uns dann noch auf dem Blog, hat die uns dann da aufgeschrieben, Tipps, was wir in Brooklyn machen könnten, ähm, im Hotel, äh, die, die Servicekräfte waren, sondern, also überall waren sie einfach unfassbar nett und zuvorkommend und, ähm, ja, man kann sagen, es ist ein Stück weit oberflächlich, ich hab da auch mit, mit Fabian und Romina so drüber geredet, was mir so auffällt, oder was mir aufgefallen ist in Amerika, ist, ich nenn das mal so, fire and forget, die sind super nett und höflich, zum Beispiel in diesem Rahmenladen, ja, der Kellner, so nett, ey, willst du noch ein bisschen was, soll ich dir noch Nudeln bringen, hast du noch Durst, ey, wollt ihr das mal abchecken und so weiter, super höflich, in dem Moment, wo wir die Rechnung bezahlt hatten, haben die uns mit dem Arsch nicht mehr angeguckt, also in dem Moment war es komplett vorbei, wir haben dann noch Tschüss gesagt, und dann, äh, und dann waren die weg, also der, plötzlich, also in dem Moment, wo die dein Geld gekriegt haben, wo die das Business gemacht haben, und da wird dir halt klar, dass das halt für die, ähm, auch, ja, Teil des Geschäfts ist, ich komm gleich sofort, Jungs, wir machen jetzt hier gleich noch Counter-Strike, äh, ich komme, ich bin gleich, ähm, bin gleich ready, ähm, also das war, das ist mir so aufgefallen, aber auch zum Beispiel im Verkehr, ist mir das auch aufgefallen, ihr müsst euch vorstellen, dass es teilweise sehr chaotisch dort auf den, auf den Straßen zugeht, es wird gehupt, es wird geträngelt, es wird in die kleinsten Lücken da reingequetscht, ähm, die Leute fahren, ähm, äh, fahren mit Motorrädern und, und, äh, Mopeds und weiß ich nicht was, und, sowieso gehen, die Menschen gehen alle bei Rot über die Straßen, Ampeln sind eher, so eine, für Fußgänger eher eine, ähm, Empfehlung, sag ich mal, ja, also da outen sich die Touristen, sie direkt von den Locals, wer bei Rot stehen bleibt, weißt du, direkt, äh, der, der ist Tourist, und es ist so oft, hab ich's gesehen, dass es fast gecrasht hätte, da fährt da noch so einer lang, oder ein Fahrradfahrer rast einfach, volle Kanne mit nem Elektrofahrrad da noch über, Autos gehen in die Vollbremsung, es wird gehupt, aber, was es kaum gab, war dieses persönliche Anschreien, wie ich das aus dem Straßenverkehr kenne, wenn du irgendwo, da wird da nicht noch geflucht oder so, sondern das, das wird einfach so hingenommen, ich weiß nicht, wie ich's erklären soll, das ist so, es kommt fast zum Crash, und dann geht der rein und fährt weiter, aber der schimpft dann nicht noch, und sagt so, was fällt denen, was fällt denen noch ein, oder so, sondern, die, die sind relaxed dabei, die sind komplett relaxed, es gab so viele Situationen, wo ich gedacht hätte, wenn das in Deutschland passiert, da gab's eine Situation, da hätte ein Auto, fast ein Fahrradfahrer umgefahren, der Fahrradfahrer hat einfach den gemacht, so, einfach ausgewichen und weitergefahren, hat den nicht gejuckt, ich bin ja vorbeigekommen, dann gab's eine Situation, wo ein Fahrradfahrer, ein Fußgänger fast mitgenommen hätte, Fahrradfahrer hatte rot, Fußgänger hatte grün, Fahrradfahrer muss Vollbremsung machen, die Frau guckt nur kurz, geht weiter, ein Fahrradfahrer fährt auch weiter, so als, so und ich hab mir nur gedacht, wenn diese Situation in Deutschland passiert wär, da hätt's auf jeden Fall, hätten die sich gestritten und angelegt und es hätte auf jeden Fall, äh, Stress gegeben und das war aber irgendwie so, Standard und so war, so hab ich den ganzen New York-Vibe irgendwie wie wahrgenommen, alles ist laut, alles ist hektisch, alles ist schnell, aber irgendwie, alles ist im Flow auch, irgendwie, es wird alles so, ähm, es wird alles irgendwie so hingenommen, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, es war auf jeden Fall bemerkenswert und auch diese Nettigkeit, ähm, einerseits denkst du dir, ich bin verliebt in die Kellnerin und die ist, glaub ich, auch in mich verliebt, so nett wie die ist und ich wette, wenn ich zwei Stunden später in den Laden gehen würde, wüsste die nicht mal mehr, dass ich da gesessen hätte, so, also es ist so, super nett und hey, wie geht's euch und na und hi und tschüss und danach kriegst du mit, wie die am Nebentisch exakt genauso ist, zu allen anderen, wir waren in diesem, in diesem vegetarischen Restaurant und dann hatte da wohl jemand Geburtstag, woher weiß ich, dass da jemand wohl Geburtstag hatte, nun, die Kellnerin hat denen so einen Kuchen gebracht und hat angefangen, die Kellnerin hat angefangen, Happy Birthday zu singen und das ganze Restaurant hat mitgesungen, alle haben Happy Birthday gesungen, für diese wildfremde Frau an Tisch 6 und ich muss sagen, das war wholesome, das hatte so einen richtig, ich weiß nicht, wir haben auch mitgesungen, ich hab das noch nie in Deutschland erlebt, tut mir leid, es mag es vielleicht irgendwo geben, aber das war so, das ganze, alle haben mitgesungen, Happy Birthday gesungen und ich weiß nicht, das war irgendwie ein schöner Moment, ich, ich, also ich weiß nicht, ich bin immer noch mehr der Meinung, lieber oberflächlich nett, als ernsthaft gemein, irgendwie, das ist so mein Fazit, es mag oberflächlich sein da und es mag alles irgendwie Business sein und so, aber ich, mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn die nett sind, die lächeln, die kümmern sich, Leute haben, ich wurde dreimal auf ein T-Shirt von mir angesprochen, einmal am Flughafen, einmal im Hotel, einmal in einem Restaurant, haben sie gesagt, I like your shirt, I like your jacket, einfach so, das mag vielleicht gelogen sein oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber wann hat irgendjemand, der in einem Laden arbeitet oder so mal was Nettes, einfach so zu euch, ein Servicepersonal am Flughafen zu euch gesagt, cooles T-Shirt, die Marke mag ich auch oder sowas, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie geil, fand ich irgendwie cool, weiß ich, hat mir eine gute Laune gegeben, hat mich, hat mich irgendwie in dem Moment, gibt einem das so, das beflügelt einen für so ein paar Sekunden und dann ist es ja auch schon irgendwie ganz cool, man muss ja nicht dann diese Person heiraten oder noch tiefgrünige Gespräche oder so führen, aber irgendwie fand ich das, irgendwie fand ich das nice. Oh, warte, ich muss, ich habe das falsche, ich habe das falsche Steam geladen, Nikola, ich muss hier nochmal raus, oder ist es das Richtige? Ja, wir, ich bin ja auch nicht so, ne, also, wir sind ja auch alle Opfer unserer Sozialisierung in einer gewissen Weise, man kann das auch nicht so einfach umdrehen, glaube ich, es ist, es ist ja auch das, das ist ja auch das Schöne, wenn alles hier in Deutschland genauso wäre wie in den Ländern, in die wir in Urlaub fahren, dann müssen wir nicht mehr in Urlaub fahren, also es ist ja eigentlich auch fast was Schönes, dass es dann eben anders ist. Moment, Leute, ich muss hier kurz mal mich abmelden und wieder anmelden. Aber ich bin natürlich, ich muss ja gerade was sagen, ich bin ja super Mr. Grumpy, ich weiß es ja auch und ich bin ja der Erste, der im, im, im Autoverkehr rummosert. Aber umso mehr fällt es mir dann halt auch und, äh, fällt es mir auch auf und, ähm, ja, keine Ahnung, ist so ein bisschen mein Fazit. Ich mag's. Ich mag nicht alles, sicherlich nicht alles, es gibt auch genug zu kritisieren, aber ich hatte wirklich, äh, ein paar tolle Tage da und, ähm, wer, äh, die Chance hat, der, ähm, der sollte es mal machen. Ich denke, einmal im Leben sollte man sich New York City auf jeden Fall, äh, angeguckt haben. Ähm, und vielleicht konnte ich euch ja helfen, ein paar, äh, Tipps zu geben. Und wie gesagt, es kommt noch mal ein Video raus zu meinem Trip, äh, nach Manhattan. Und, ähm, ja, bei mir waren es jetzt auch 14 Jahre her. Und, ja, danke an der Stelle noch mal an 2K, die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Ähm, ja, also es war schön. Ja, in Vegas war... ... ... ... ... ...